So meine lieben Filmfreunde, es geht weiter mit ein paar tollen Blu-ray und 4K-Steelbook-Angeboten aus Bella Italia. In Deutschland ist ja leider nicht viel los bei der Black Friday Week, aber wir haben eben noch hier die Alternative in Italien und ich habe hier ein paar Angebote rausgesucht, wo auch immer eine deutsche Tonspur mit drauf ist. Das ist teilweise nur auf der 4K-Scheibe, wenn es denn eine 4K- und Blu-ray-Veröffentlichung gibt. Aber ich denke mal, die meisten, die sich dann so eine Edition ins Haus holen, die wollen ja dann auch die bestmögliche Qualität angucken, nämlich 4K. Und so starten wir dann hier unser Blu-ray-Special-Angebote-Video aus Bella Italia jetzt hier mit Lethal Weapon. Hier haben wir das Steelbook, das auch in Italien geprägt sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nicht geprägt ist, wenn es schon bei uns mal was geprägt ist. Hier haben wir ein Angebot von 12,59 Euro. Das ist natürlich ein echt toller Preis. Hier ist auch eine deutsche Tonspur mit an Bord, wie wir das bei Blu-ray-Disc.de entnehmen können. Also das ist eine super Sache. Es kommt immer Versand mit dazu. Der Versand beträgt ungefähr 4 Euro. Wenn ihr hier aber mehr bestellt, könnt ihr das Ganze natürlich aufsplitten. So macht es mehr Sinn. Dann haben wir Matrix Resurrections hier im 4K Ultra HD Steelbook plus Blu-ray. Wir haben hier einen Preis von 12,99 Euro. Der ist natürlich fantastisch. Und gucken wir auf die Tonspuren. Haben wir hier zumindest auf der 4K-Scheibe eine deutsche Tonspur mit drauf. Mehrere sogar. Also das ist doch wirklich wunderbar. Dann geht es weiter mit Tenet im 4K Steelbook 12,99 Euro. Auch dieses Angebot hier. Und auch hier bei der 4K-Scheibe eine deutsche Tonspur mit an Bord. Außerdem haben wir dann Harry Potter und der Stein der Weisen hier in der 20-jährigen Jubiläums-Edition im Steelbook mit 4K und Blu-ray hier. Da haben wir einen Preis von 14,99 Euro. Gucken wir auf die Tonspuren. Haben wir sowohl auf der 4K-Scheibe als auch auf der Blu-ray eine deutsche Tonspur. Also das passt. Dann haben wir Dumbledores Geheimnisse oder The Secrets of Dumbledore hier im 4K Ultra HD Steelbook. Da gibt es zwei Steelbook-Varianten. 14,99 Euro sind wir hier mit dabei bei der ersten Steelbook-Variante. Und auch hier ist deutscher Ton auf der 4K-Scheibe. Dann haben wir noch die alternative Cover-Variante hier. Die sieht auch richtig stark aus. Habe ich mir ja bestellt. Die hatten wir in Deutschland, meine ich, nicht zur Verfügung bekommen. Und da haben wir auf der 4K-Scheibe ebenfalls eine deutsche Tonspur mit dabei. Dann haben wir The Batman im Steelbook. Wenn auch nicht das tollste Steelbook, wie wir festgestellt haben. Aber immerhin die 4K-Scheibe hier, die eine deutsche Tonspur mit am Start hat. Ja, für 18,69 Euro. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon günstiger als die Keepcase-Variante bei uns in Deutschland. Deswegen vielleicht eine Alternative hier für alle Interessenten. Dann haben wir noch Scream aus dem Jahre 2022 im 4K Ultra HD Steelbook für 19,22 Euro. Da haben wir auch auf der 4K-Scheibe und auch auf der Blu-Ray eine deutsche Tonspur. Das passt. Dann haben wir Jurassic Park 1 für 15,29 Euro, 4K Ultra HD. Ja, Jurassic Park 2, ja, auch in 4K für 15,99 Euro. Jurassic Park 3 in 4K im Steelbook für 18,99 Euro. Jurassic World 1 in 4K im Steelbook, 17,99 Euro. Und dann der zweite Teil für 19,93 Euro im Steelbook. Und werfen wir einen Blick auf diese Steelbook-Collection hier von Italien, Italien Import. Dann lesen wir hier, dass Jurassic Park 1 bis 3 auf der 4K-Scheibe deutsche Tonspuren mit drauf hat. Und sogar auf den Blu-Rays. Genauso verhält es sich bei Jurassic World, die 4K und die Blu-Ray. Und dann auch der zweite Teil von Jurassic World. Auch die 4K und die Blu-Ray. Und der dritte Teil. Das ist dann echt komisch hier, ja. Der hatte keine deutsche Tonspur mit dabei. Aber den haben wir jetzt auch nicht hier bei den Angeboten mit drin. Und ich denke hier, das ist auch eine sehr günstige Alternative im Vergleich zu Deutschland. Außerdem haben wir dann noch Man in Black zum 25-jährigen Jubiläum in der Steelbook-Edition. Da haben wir dann auch auf der 4K-Scheibe eine deutsche Tonspur mit drauf. Des Weiteren hätten wir hier der Polarexpress. Er scheint jetzt dann zum 24. November, wie wir das Ganze hier sehen können. 28,47 Euro. Und hier haben wir dann bei beiden Disks eine deutsche Tonspur mit drauf. Das ist auch wunderbar. Weiter geht es dann mit Dune. Der Paintbox, die ich zuletzt ja bei meiner Shopping-Tour in Berlin in der Hand hatte. Mit den Simi. Der hat mich darauf hingewiesen. Das war die Edition 69,99 Euro. Standardmäßig kostet sie aktuell im Internet. Bei Saturn, Amazon und so bei uns 75 Euro. Ich habe dann nochmal danach gegoogelt. Und hier eben Black Friday-Angebot. 39,99 Euro. Und da haben wir dann bei der 4K-Scheibe auch eine deutsche Dolby Atmos-Spur mit dabei. Und zu guter Letzt haben wir dann auch zurück in die Zukunft. Hier in dieser schicken Steelbook-Edition. Mit einer Neuauflage des Schubers. Ja, da ist ein italienischer Titel mit drauf. Aber nicht auf der Front. Kann sich sehen lassen. Die Steelbooks sind ja auch völlig in Ordnung. Wir haben einen Preis von 49,99 Euro. Und wie wir das anhand der Erstauflage entnehmen können, haben wir eine deutsche Tonspur, sogar deutsche Dolby Atmos-Spur auf der 4K. Und dann haben wir noch eine deutsche Tonspur auf der Blu-Ray. Also, vielleicht ist da was für euch dabei. Würde mich freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.